rechts unterm flügel und dann nach links gucken, weil ich links A mach leero macht dann oben der liegt bei der bombe schon, pass auf, pass auf, pass auf die echt unten drunter oder was? ne der könnte auch da drauf rechts sein, also da drin, da drin ich sehe ihn, warte mal, da ist ja ihr oben zwei stück, ey eine habe ich oben immer noch da hinten drin, da immer noch da drin, der kommt jetzt der ist wieder rein die missionszeit läuft aus piek noch einmal, komm ich hole bombe, digga, ich versuch's er sniped, alter rechts hoch, einer versuch ich habe ihn nicht gesehen, digga das war der rechts er war der pilot, digga ich habe mich als oben absolut unlucky erwischt, Junge also der kann im Flugzeug direkt mit der AKU nach vorne der brauche ich denn zwei, also noch einen dann gehe ich nächstes mal mit welcome back, Mike Melo, ich geh jetzt ganz rechts mach du so ja, rechter Flügel halt, dass du Richtung A gucken kannst weißt du weißt du Richtung A oder unten soll ich schau, digga ja, da so in die Richtung aber ein gefrackt Flügel aufpassen rechts A, boah pass auf naja, alles gut der ist glaube ich wieder back einer ist oben drauf, einer kommt close, Benny ja ah, drei rechts Stücke könnt ihr jetzt pushen? ja, ich glaube ja jetzt, ich bin immer noch oben plane ja, einer kommt jetzt, einer kommt jetzt wieder plane also bei dir oben wahrscheinlich, Cleo ja, ich bin im aim bei mir kommt auch was oben drin, ja einer oben drauf links Stücke ja ach, rechts unten, man noch zwei links, ne glaube ich ja, oben drin ja, oben drin bombe aktiv bin weak einer noch weiß ein chef ja ja es ist nur noch ein Feind hab ich ganz stark, boys ganz stark ja, wird nochmal geregelt, digga boah boah klaro, ich spiel die nicht mehr wie im public ja, ich schon ja, ich schon danny, können wir nix mal bei verteidigen Position tauschen ja, machen ja danke, Mike sag, macht boys, let's go ich komm ein bisschen, ich komm nicht so klar, digga also ich nehm die Semtex oben und du musst abändern, ne denn ja bin ein bisschen später, ich muss die Bombe noch holen ja neutralisiert alle Zielobjekte genau langsamer, glaube ich, als du ja, okay, hast einen erlangt ja also der war gerade eben schon neben der Bombe ja, der ist wieder hier ja, der ist wieder hier ist hier, ist hier, ist weak, ist weak an der Bombe unter Flugzeug unter Plane, die Jungs fuck, ich muss zurück hinter uns und rechts hinten wieder uuuh, rechts hinten, ja ich bin weak immer noch rechts Zero, nicht peaken, nicht peaken rechts hinten halt, ne nice unter Flugzeug oh nein fuck genau da ey, warum verheb ich, mann ich hab aber auch verkackt da bei dem sorry guys alles alles gut dann geh du ganz rechts Milo pass aber auf, dass du nicht gesnipet wirst weil ich weiß, ob der jetzt snipet der Typ naja, ich geh nicht durch Container gut setzt du dann Trophäen, oder soll ich? ich mach, ich mach mhm unterm Plane hab ich noch einer oben im Plane ist aber back einer nach rechts hab ich noch einer nach rechts der letzte der letzte es ist nur noch einer übrig beendet es ist er wieder Plane, oder was? glaub, ne, ja doch Stairs hinten, wieder brauchen wir nicht oben bei B nice aha also sorry, aber die droppe viel mehr als meine krass, ne? ja ja das ist doch gut das ist doch top ja das, ich sag dir auch warum, Alter Projektilgeschwindigkeit ja, wer hat sich ja den drauf, äh den hundertprozentigen ach so deswegen weißt du, so ein paar Umstellung bringt irgendwie, keine Ahnung ja, weiß ich auch nicht äh äh irgendwas scheinen da noch verpackt zu sein, aber kannst du sagen, was du willst einer ist da, Cleo, Achtung einer ist schon da, ja oh Digger, warte einer war da, nehm ich spring hier rum der ist down, ist down ich geh vor die sieht hier aus ich komm auch vor jetzt und Plane oben Lette ich hoffe, er geht runter einer ist rechts ja, ja, ich hab alle sind rechts, glaub ich hält der Plane auch nochmal an ja, alles gut Digger ich hab oben, wenn er bei uns rauskommt und den Plane hab ich es ist nur noch ein Feind übrig nice nochmal unter Plane mega, mega man ab hat ihr meine geile Visitenkarte gesehen? he Ich hab mich ignoriert. Ja. Auf geht's. Beide so, boys. Yes, girl. Yes, man. Also oben B wird kritisch. Ich glaub, dass sie jetzt A kommen. Also passt mal ein bisschen mehr auf A auf. Nur so ein Gefühl gerade. Hingestunt. Nix. Unterm Plane. Zweek. Ist nach links. Ganz links. Einer ist hinterm Plane. Hinten am Plane auch noch. Eine Plane oben. Zeig dich. Hat mich, hat mich links. Oh mein Gott. Unterm Plane. Kommt der durch jetzt rechts oder was? Nee. Da liegt er doch, Milo. Da lag er. Genau da. Was? Oh. Jetzt kommen sie durch. Ich muss weg. Hier oben. Ja, die kommen bestimmt auch. Eine ist rechts unter dem Plane. A zwei, ja. A kam sie auch durch. Ja, das war RIP. Nice. Beende die Mission. Achtung jetzt. Drei noch. Guck mal Bombe. Guck mal Bombe. Schade. Ja, B war gelegt. Milo. Da ist der an Bruder. Was soll ich machen, Digga? Er hat sich da hingelegt, alter. Go. Da hast du übelst kassiert, Alter. Sammelpunkt Weg, Digga. Mach schon mal den Sound bereit. Jemals, Digga. Jemals, Digga. Brun, der vierte Gangfight. Der vierte Gangfight, Digga. Ich geplay mit Hochklärung. Neutralisiert das Zielobjekt. Ladungen erlangt. Also einer kommt bestimmt gleich links Flügel hoch, dann müssen wir aufpassen. Naja, wie immer. Oh nein, Schaff. Einer hinten, der liegt hinten, der liegt. Einer unter Flügel, wieder One Shot, Mann. Stunt. Wo war der Clero? Ja, Treppe hinter, noch hinten. Also hier ist eine Smoke, links auf dem Flügel. Im hinteren Raum war der. Das war, glaube ich, meine vorhin. Ich bin mega weak. Oh, der aber auch. Unter Plane, Digga. Mach es jetzt noch auch, denn... Oh, zappet. Super nice, Digga. Du hast getroffen, Digga. Hm. Der ist, hab ich. So lecker jetzt, Mann. Sag mal an, wenn ich blenden soll, dann. Planete, los. Noch zwei Stück. Die Zeit ist unser Feind. Rechts. Hab mich. Geht, 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 geht. Der ist unten drin. Der ist wieder hoch. Ja, ja, ja. Linke, linke. Es ist nur noch einer übrig. Beendet es. Nice, let's go. Gute Arbeit. Macht euch jedenfalls im Einsatzbereich. Oh, da schlägt das Herz wieder. Richtige Alarmpumpe hier. Komm, Milo. Wir haben zwei Runden. Wenn es nicht klappt, müssen wir irgendwie tauschen. Milo, push mal direkt unter das Flugzeug. Und guck nach links, weil da kommt immer einer. Haltet das Zielobjekt. Hat grad seinen Mig-Mute. Ah, ich hab's gehört. Einer hinterm Plane. Einer oben Plane, oben Plane. Der könnte links kommen. Links oben. Der ist da, der spielt mit mir hier. Der spielt mit mir. Scoreboys. Einer hinten hab ich. Bombe aktiv. Noch zwei, einer oben bei der Bombe. Er ist bei mir, close. Ende, 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 links. Er ist abgehauen, keine Ahnung. Er ist abgehauen. Er ist da oben drin, ja. Da hin. Oh ja, der ist da oben im Raum. Ab ich, let's go. Bei uns auf der Seite. Es ist nur noch ein Feind. Er ist da oben, ey. Oh, mein Chef, mein Chef. Wuuuh, schönes Ding. War purer Struggle, aber war schön. Ey, ey, ey. Ich hab's geschafft, Jungs. Nice. Ja, aber schau mal meinen Schaden an, Digger. Ich krieg keinen Killen, Alter. 800 Schaden, Alter. Aber die hat Karrie dieses Mal. Bist du ein Glück, Digger. Sammelpunktwechsel. Nur eine Runde noch, dann haben wir das Ei im Sack. Ja, Mann. Ey, ich würde auf A gehen, mal. So eine ganz gechillte Runde, ohne Pushen oder so. Dann snipe ich A. Ihr könnt auch hinten Death machen, Leute. Oder mit A mitkommen. Alle Zielobjekte beseitigen. Ihr möchtet. Ah, ich smoke hier mal rechts und... Noch nix, Lero. Kann's vorgehen. Er hat mich geballbankt. Er ist rechts, Chris. Ja, sehe ich dann. Oben an der B-Bombe war einer gerade. Der kommt jetzt, glaube ich, hinten rum. Oh, fuck, Alter. Einer links von der Treppe beim Playen und einer hinten in diesem komischen, äh, abgetrennten, neben dem gelben. Ja, ich hab ihn gleich, wenn er nochmal piekt. Ja, das war scheiße. Unsere Zeit ist fast rum. Oh, ne, deine ist ganz cool. Äh, 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 äh. Boah, Digga. Ich war doch drauf. Plane oben? Ah, nee. Schade. Du bist der letzte Operator. Beende die Mission. Ich weiß... Einer an diesem... Halbflugzeug links. Hinter... B... Inzwischen B und A. Schade. Okay. Doch, kein Sniper. Wenn nicht, geh da wieder runter. Ja. Ja, mach das. Ja, Junge. Ich hab's gar nicht gesehen. Ja, der muss sich erstmal da deine Augen schärfen, ne? Ein Seitenwechsel. 2.000 Schaden, 11 Kills. Let's go. 800 Schaden, 1 Kills. Let's go. Let's go. Nochmal fokussieren, boys. Let's go. Ah, ist schwierig zu sagen, wo die lang kommen jetzt. Ja, ich mach... Einfach mal schön abaim. Mach DEV A hier. In dem... ASI Plane drin. Ja, man. Verkackt. Da auf jeden Fall einer. Lass euch nicht picken, Jungs. Der war links vom Plane unten. Einer ist close bei mir. Einer ist oben. Einer oben grad, da habe ich gelesen. Ich hab ihre Zielposition. Der guckt immer. Ja. Zwei Stück. Zwei Stück oben hier. Ja, der andere ist auch da. Einer ist runter, Dings. Der oben ist down. Zwei oben down, aber da war noch einer bei Milo unten. Bombe über B gedroppt. Ich hab D. Unten war einer, ja. Er ist durch, links. Durch, links. Links durch. Hat mich, what the fuck. Fuck, Alter. Er ist oben, Flügel. Nice, der war das. Nice. Stark, boys, Alter. Lange, Ben. Ich hab den nicht gesehen. Jungs, dank für den Hucksack. Mission aus. Ah. Wischiwaschi erstmal und trotzdem weggeballert, ey.